Man muss Dinge von sich selbst erwarten, bevor man sie tun kann. Erwartest du genug von dir, um Dinge zu realisieren? Manche Menschen wollen, dass es passiert, manche wünschen es sich, andere lassen es geschehen. Zu welcher Sorte Mensch gehörst du? Ich kann ein Scheitern akzeptieren. Jeder scheitert bei irgendetwas, aber ich kann nicht akzeptieren, es nicht zu versuchen. Wo bist du aktuell gescheitert? Und bist du bereit, es trotzdem weiter zu versuchen, wenn es dir wirklich wichtig ist? Wenn man die Arbeit macht, wird man belohnt. Es gibt keine Abkürzungen im Leben. Bist du engagiert genug, um den langen Weg zu gehen? Ich bin in meinem Leben immer und immer wieder gescheitert. Und deshalb habe ich Erfolg. Aus Misserfolgen lernt man, wie man es besser machen kann. Nur so wird man zum Profi. Ausmusik